Ja, große Insolvenzen bei Kickerliner, jetzt auch bei Interio und die Teuerung, die durchschlägt aus die Zinsen. Nicht nur die Baubranche steht vor Herausforderung, auch die Möbelbranche. Dazu jetzt bei uns im Studio der Unternehmenssprecher der XXX-Lutz-Gruppe. Thomas Saliger, danke fürs kommen. Danke für die Einladung und hallo. Ja, also wir haben schon in der Einleitung angesprochen, also diese in Großinsolvenzen, in Ihrer Branche eigentlich, es sind schwierige Zeiten. Also wir spüren es mal nicht so. Jetzt muss man schauen, woher kommen die Probleme und ist es die Großwetterlage, die einen Probleme schaffen oder sind das Probleme, die man schon lange mit sich herumträgt und ich glaube, deswegen muss man das immer ein bisschen differenziert anschauen. Der Möbelmarkt an und für sich ist jetzt gerade nicht der leichteste. Aber all das, was da jetzt passiert ist, ist jetzt nicht deswegen passiert, weil jetzt der Markt sich ein bisschen eintrüppt, sondern es sind die Fehler viel früher gemacht worden. Nehmen wir mal kurz Kickerliner her. Also ja, da war der Wettbewerb natürlich groß und plötzlich dieser Crash. Spielt Ihnen das jetzt zu in diesen Zeiten? Na ja, natürlich spürt man das regional ganz unterschiedlich, weil die Häuser, die geschlossen wurden, haben ja auch regional unterschiedliche Verteilungen. Das heißt, in Oberösterreich sind sehr viele Häuser geschlossen. Da profitieren wir natürlich mehr wie in anderen Bundesländern. Sie haben es angesprochen, also nicht nur ein österreichisches Möbelhaus, wir sind eines der größten Möbelhäuser der Welt mittlerweile, in ganz Europa vertreten und 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 mit über tausend Möbelhäuser insgesamt. Ein Expansionskurs, der weitergehen soll, in Zeiten, die nicht einfach sind, betrifft ja auch die ganze Baubranche. Ist es im Sinne, ist es gefährlich, ist es alles kalkuliert? Nein, es ist auf jeden Fall kalkuliert und es ist auf jeden Fall natürlich mit einer kaufmännischen Vorsicht gemacht. Das ist immer herangestellt. Warum macht man das? Erstens muss man sagen, wir haben drei unterschiedliche Vertriebsschienen. Im Vergleich zu unseren Mitbewerbern. Wir haben mit XXX Lutz, wo wir das Vollsortiment Möbelhaus per se abdecken. Dann haben wir mit Möbelix den Discounter, den man heute gar nicht mehr so bezeichnen kann, weil das alles schon eher, der Begriff günstiges Möbelhaus wäre wahrscheinlich richtiger. Und dann haben wir mit Möbelmarks einen Trendmöbelhaus. Das heißt, wir haben drei Vertriebsschienen, mit denen wir einen Großteil des Marktes abbilden, wo unsere Konzepte auch international funktionieren, mit nationalen Anpassungen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir schauen uns sehr genau die Märkte an und lassen die von lokalem Management führen. Immer ausgestattet mit der, natürlich mit der Power eines großen Gesamtunternehmens. Und wenn wir in neue Länder gehen, schauen wir uns das sehr genau an. Und auch in den Zeiten oder vielleicht genau in diesen Zeiten gibt es natürlich auch neue Chancen, größer zu werden, zu wachsen, wo andere vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Hilft aber wieder der ganzen Branche, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, die Möbelhäuser erhalten bleiben. Hat ja auch einen Vorteil. Frankreich, Schweiz, Osteuropa und, 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 aber, jetzt sage ich aber, trotzdem Österreich ein wichtiger Markt. Und er bleibt ein wichtiger Markt. Weil jetzt könnte man umgekehrt sagen, viele Unternehmer jammern, ein teurer Standort, hohe Löhne, hohe Kosten, hohe Auflagen. Trotzdem, die Zentrale bleibt in Österreich. Alles bleibt in Österreich. Und ich wollte es fast gleich korrigieren, vielleicht sogar der wichtigste Markt. Okay. Weil es ist unsere Heimat. Da kommen wir her. Da ist das Großteil des Managements, die Zentrale, die ganze Power aus der Zentrale. Wir haben zwar mittlerweile Subzentralen in anderen Ländern, aber das Herz der Firma ist in Oberösterreich. Da sind die Führungskräfte zu Hause, da sind die Inhaber zu Hause. Von da aus steuern, lenken, versorgen wir die gesamte Gruppe mit Ideen. Deswegen Österreich immer wichtig. Und wir haben auch in Österreich bei den Investitionen nie vergessen. Wenn man sich anschaut, allein was wir in Oberösterreich heuer und letztes Jahr investiert haben, würde jeder sich fragen in Zeiten wie diesen 20 Millionen Euro in Wels umbauen. Jetzt in Linz das neue Objekt mit 60 Millionen Euro. Das sind schon riesige Investitionen. Aber man muss immer schauen, dass die Homebase gesund bleibt, am Stand bleibt und modern bleibt. Und das haben andere manchmal vergessen, indem man bei der Expansion dann zu viel ins Ausland schaut. Wir haben eine nächste Frage gewesen. 20 Millionen am Standort Wels in ein Möbelhaus zu investieren, in Zeiten der Digitalisierung des Homeshoppings. Das muss sich ja rechnen. Ja, man muss das natürlich dann einmal auf 15 Jahre sehen oder auf 20 Jahre. Ein Möbelhaus wohnt sich ab wie jede andere Wohnung. Jetzt vielleicht sogar mehr, weil dort mehr Leute auf dem Sofa sitzen als wie zu Hause und die das vielleicht ein bisschen mehr in Anspruch nehmen. Deswegen, wir haben das Möbelhaus hat früher einen Zyklus gehabt von zehn Jahren. Heuer mittlerweile sind wir bei 15 Jahren in etwa dann revitalisieren wir ein Möbelhaus komplett. Wenn man das nicht macht, verliert man dann sukzessive die Strahlkraft. Das, was dieses Möbelhaus ausdrücken soll. Man schaut sich dort ja die Möbel an. Man muss das dort erfüllen. Und da gehört ein gewisses Rundum und Ambiente dazu. Dann darf man nicht übersehen, diese gesamten Investitionen rechnen sich teilweise auch durch die Energieeinsparungen. Was sich da an dem gesamten Markt da hat, wie man heute ein Möbelhaus mit viel, viel weniger Energie betreiben kann, ist auch riesige Einsparungsposten und da ist oft gescheitert. Man packt das ganze Gebäude, erneuert alle Leitungen und versorgt das Möbelhaus mit den neuesten Investitionen. Also da gibt es enorm viele Möglichkeiten. Bis hin zu Fotovoltaik. 20 Millionen Wels, 60 Millionen im Standort Linz, im Donaupark und da ist schon, das hat für viele Schlagzeilen gesorgt und noch immer jeder der hinkommt sieht das natürlich, ein Möbelhaus. Also Ihr Möbelhaus nimmt ein ganzes Fußballstadion Huckeback quasi aufs Dach rauf. Jetzt könnte man sagen, ist das ein, ein, ja Sie sind aus dem Markt, ein Marketing-Gag vielleicht oder ernstzunehmendes Zukunftsbauen? Multifunktionale Gebäude ist auf jeden Fall mit Zukunftsbauen. Die Politik verlangt das ja auch in vielen, vielen Standorten, wo man sonst, genau, es geht um Bodenversiegelung und das macht alles super viel Sinn, ob jetzt immer ein Möbelhaus mit einem Fußballstadion gemeinsam das beste Projekt ist. Aber es ist auf jeden Fall extrem spannend und wir sind ja sehr dankbar der gesamten Politik in Oberösterreich, da gehört ja Stadt und Land immer dazu, dass so was ermöglicht wird und ich glaube, wenn das dann fertig ist, glaube ich, wird man in Linz auch stolz sein, was man da weitergebracht hat. Und man muss ja auch sagen, ein paar Meter weiter ist die Tabakfabrik auch toll, was sich da eigentlich alles entwickelt in Linz und zum Schluss ist das eine Landeshauptstadt, die natürlich auch dementsprechend die Flagship-Stores vertragt oder verdient. Ja, das ist das Nächste, weil ich mir schon die Frage stelle, so viele Investitionen in Möbelhäuser, in feste Standorte. Auf der anderen Seite aber haben Sie oder Ihr Unternehmen sich den größten Online-Möbel-Online-Shop-Konzern Europas gesichert oder übernommen, nämlich Home24. Ja, wo geht die Reise hin? Von zu Hause aus Möbel kaufen? Ist das die Zukunft? Warum dann noch diese Investitionen? Beides. Wir haben immer gesagt, wir lassen uns die Butter nicht vom Brot nehmen, weder digital noch von Amerikanern, sei es digital oder von einem stationären Mitbewerber. Wir stellen uns überall breit auf. Der Mensch will ins Möbelhaus gehen, möchte die Stoffe füllen. Materialien hat ja ganz viel mit Sinne zu tun. Das bleibt. Wenn man sich das anschaut, was wird online gekauft, dann hat das so gewisse Preisklassen. Das heißt, das Sofa für das Gästezimmer, das wird schon online gekauft. Da muss man den Stoff nicht unbedingt wissen. Aber ich glaube, der Große, das, was man immer ein bisschen vielleicht vergisst, ist das Möbelhaus am Sofa. Das heißt, das digital, digital so aufzutreten wie ein Möbelhaus, alles das zu bieten von Stoffauswahl, Bilder, Konfigurationen, das ist der Kern. Der Kunde will sich zu Hause über das informieren. Ob er dann durch die Kasse Online-Job geht oder sich eben noch vergewissert bei einem Einrichtungsberater und oder mit seinen eigenen Erfahrungen, das ist ja dem Kunden überlassen. Es gibt Zermutige, die kaufen auch Teiere, Boxbringbetten online. Ja, vielleicht hat er sich das aber vorher schon im Möbelhaus angeschaut. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, dass wir ja in einer Situation sind, auch Sie, Sie haben, wir haben schon gesprochen, glaube ich, von 25.000 Mitarbeitern insgesamt, 9.000 in Österreich. Und Sie expandieren, wo sollen diese Mitarbeiter künftig herkommen in Zeiten des Fachkräftemangel? Mehrere Facetten. Es ist ja eine Herausforderung, ist ja meistens nicht mit einer Maßnahme getan. Wir haben zum Beispiel, bei uns sind ja ganz klar die Regelung, 10% der Mitarbeiter sollen Lehrlinge sein. 10%? 10% der Mitarbeiter sollen Lehrlinge sein. In Österreich erfüllen wir die Quote perfekt. In Österreich ist das Lehrlingssystem überhaupt super ausgebaut. Das heißt, wir haben den eigenen Nachwuchs immer schon in die eigenen Reihen. Und schon drei Jahre früher. Weil wir wissen schon, in drei Jahren werden wieder so und so viele Lehrlinge frei. Um das können wir wieder expandieren. Insgesamt haben wir aber gesehen, dass sich die Lage entspannt. Ja, also es wird schon jetzt leichter. Von Kickerleiner haben wir einige übernehmen dürfen. Gefreit uns natürlich auch. Man ist immer ein bisschen eine Kopfsache auch nicht, wenn man zuerst Mitbewerber war und dann soll man beim Mitbewerber arbeiten. Aber die haben wir alle eingeladen und da sind auch einige zu uns gekommen. Und ich hoffe, Sie sehen, wie toll das bei uns ist. Welche Rolle spielt die Werbung? Sie sind ja nicht nur Unternehmenssprecher, sondern nicht nur das Gesicht nach außen, sondern einfach auch der Werbeschef, der Vater der Familie Putz vor... Das wird jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem gut ankommen. Der Vater, okay. Also nicht der Vater, aber der Vater vor 25 Jahren, vor 25 Jahren überleben. Ihre Idee, wie lange gibt es die Putz-Familie noch? Welche Rolle spielt die Familie? Also, jetzt muss man sagen, wir haben uns eigentlich Testimonial selbst aufgebaut. Statt ein Testimonial immer zu zahlen und mit allen Problemen, die ein Testimonial haben kann, dass es einem nicht mehr Spaß gemacht, dass der in einem Skandal verwickelt wird, das hast du damit alles nicht. Man kann das auch entwickeln. Ein Testimonial steht für was. Wir haben ja die Familie Putz entwickelt. Wenn man sich das über 25 Jahre anschaut, dann waren die am Anfang ganz frech, sehr schräg. Mittlerweile sind wir ja fast schon geadelt und streicheln Möbeln, sage ich mal. Das hat sich ja riesig... Die Kunden können das jetzt auch sehen. Ab Februar schalten wir 40 alte Spots parallel. Das heißt, man kann die Historie von 25 Jahren Familie Putz TV-Geschichte dann im Fernsehen und auch online mitverfolgen. Und wie lange gibt es die noch? Ich habe immer gesagt, es gibt Ideen für 20 Jahre und die haben wir. Es fällt immer wieder was ein. Wir glauben es ja selber fast nicht. Es macht riesig Spaß, aber es hängt natürlich auch von den Protagonisten ab. Wie lange macht es denen noch Spaß? Aber so wie es jetzt ausschaut, haben wir alle eine riesen Gaudi. Und die 25 Jahre macht natürlich alle, die da dabei sind, schon auch stolz. Das muss man auch sagen. Wir sind gemeinsam groß geworden, wir sind gemeinsam alt geworden. Die Schauspieler, wenn man sich das vorstellt, nehmen wir 25 Jahre eine Rolle zu spielen, ist schon... Ich glaube, da gibt es in London dann so ein Theater, die spielen seit 60 Jahren das Gleiche. Also das haben wir gar nicht gemacht, weil wir immer was anderes machen. Und das Weltrekord ist es sowieso schon, weil ich glaube, Thomas Gottschalk war ja der längste bei Haribo. Genau, also den haben wir eigentlich abgelöst. Jetzt haben wir auch mit Guinness-Buch den Rekord ein bisschen geforscht und verhandelt. Ist gar kein leichtes Thema, nein, weil man muss ja dann weltweit schauen und so weiter. Da sind wir noch nicht ganz sicher, ob wir dann richtig die Eintragung kriegen und in welcher Kategorie. Das ist ein spannendes Nebenthema, aber haben wir dann gesagt, für uns eigentlich egal. Wir feiern einmal in Österreich die 25 Jahre, da freuen wir uns drüber. Die Kunden werden sich wundern, was wir uns früher alles traut haben, an Fernsehspots zu schalten. Vielleicht noch wirklich ganz kurz, wir haben schon mal drüber gesprochen, zum Schluss noch im Tokenpaneum, wie die Familie Butze eigentlich entstanden ist. Und die Anekdote ist eine, die vielleicht auch wenige wissen. In Ried war das, glaube ich, im Möbelhaus in Ried, oder? Ja, ich versuche das ganz kurz zu machen. Ich war Filialeiter im Möbelhaus in Ried und wollte immer mal im Möbelhaus schlafen, weil man dachte, das ist eigentlich das Coolste, weil man hat ja nicht immer die gleiche Stimmung. Mal möchte man modern schlafen, mal klassisch, also in einem Stilmöbel, mal in einem Landhausmöbel. Und wenn man selber in Hotels kommt, genießt man ja immer, wie das Hotelzimmer eingerichtet ist. Mal sehr modern, loftiger als mögliche. Und wie ich dann als Filialleiter in die Zentrale gewechselt bin, nach Wels und eben die Werbung übernehmen durfte, habe ich dann die Agentur geprieft und gesagt, eigentlich müsste man sagen, am schönsten zu wohnen ist es im Möbelhaus. Weil je nach Stimmung lege ich mich in das Schlafzimmer, in das, in das, in das oder in die Küche, die Küche, die Küche. Und so hat das eigentlich Flügel bekommen und die Agentur hat dann gesagt, lass mal eine Familie ins Möbelhaus einziehen. So ist die Familie Putz entstanden, sehr einfach. Hat uns auch die Möglichkeit gegeben, dass wir halt sehr konsequent über lange Jahre ein gleiches Fernsehformat machen können, was natürlich einen Riesenvorteil hat. Das war vor 25 Jahren. Und wir schauen, was passieren wird in den nächsten Wochen bei der 25-Jahre-Jubel-Leben. Auf jeden Fall eine Überraschung. Das kann ich verraschen. Es kommt was. Es kommt auf jeden Fall. Nach den 25 Jahren gibt es eine kleine Überraschung. Okay, da sind wir schon sehr gespannt und blicken in die nächsten Wochen. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Danke. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Nach einer kurzen Werbepause geht es bei uns weiter mit Oberösterreich Aktuell. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich bei Ihnen.